Okay, machst du einen Countdown? Das läuft schon. Machst du bitte trotzdem einen? Okay, pass auf, pass auf. 3, 2, 1, live. Okay, hi. Konnichiwa. Also, übertreiben ist es nicht so sehr. Na, jetzt, aber Marzel. Wird knapp. Fuck. Ich bin so witzig. Nein, fuck. Marzel, wehe du. Alltack. Ja, die Tinkacke. Ich bin so schön geworden. So schlecht, Alter. Ja, es gibt gar nichts. Äh, es gibt so nö, muss ich was sagen. Noch nie nicht, lol. BM, dann BM. Ich hab versucht, irgendwas zu drücken und es kam ein Pückel raus. Endlich hat er Katharina verstanden. Ich hab dich offen. Ey, ich hab mich countersjsas. Tünf, sechs, fünf! Tünf, sechs, sechs, sechs. Ich hab mich glaube, nichtsous. Und zwar Nufiggen und deswegen zu startup dasoffgeumbimic. Der filme Sandoita. ter wave! Und zwar Nufige B thứst Ich bin schon mal kaputt. Jungs, jetzt. Das muss ich zumindest machen. Mal sinnlos hier. Komm schon, Jungs, mein Panther! Panther, Panther, Panther! Gott! Easy! Nein! Ich war nicht im Fight mit dabei! Ich bin auf der Bussche! Ich bin auf der Bussche! Geh weg! Oh Erich! Erich! Oh Gott, weg! Wo geht's hin? Du bist ja sogar geflascht! Ich bin noch los da jetzt. Oh Gott, du bist Arschloß! Alter, das war knapp ehrlich. Oh Mann! Oh nein! Ja, das ist schön. Jetzt haben wir Vision in weiter Richtung hin. Vision ist klar. Aufhören Sie mal! Ich hätte keinen Bock! Ah, was? Hat jemand einen Cleanup Squad bestellt? Habe ich! Oh, der dritte Hit! Oh Gott! Oh Gott! Easy, Alter! Ich habe sogar einen aggressiven Flash wegen ihm gemacht. Wait! Oh ja! Oh ja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich kann nichts machen! Oh! 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 Oh Gott! Oh! 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 Das ist so langweilig. Ich möchte das 2. drauf sagen. The Jukes, the Jukes! Wie ihn hätte ich beschlissen. Ich bin auf mein Level, Alter. Deswegen. Ja! Oh! Oh, der Hehl, Alter, fängt sich. 3, 2, 1, Bauchhammer. Fuck! Wo kommt die denn alle her? Ja, das weiß ich mich auch gerade. WTF? WTF? Die kommen auf immer an. WTF? Was? Was? Gerade eben waren die Leute immer alleine. Wir müssen alle 5 Leute sagen. WTF? WTF? Ja, sieht jemand hintergrund, lol. Ja, ja. Für immer, lol. Für immer, Alter. Für immer, League of Legends. Für immer, für immer. Und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder. Pass auf die Tower, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommen die Strats. Die Tower diven uns. Wir gegenflashen. Ich stun die. Und du machst den Panther. Okay. Ich mach die noch blind vorher, wenn ich uns nicht mehr anhinten kann. Go. Go. Die Flächen, die Flächen, die Flächen, die Flächen. Oh. Oh, das ist lecker. War knapp, war knapp. War knapp, war knapp. War knapp. Das Dreieck steht halt immer noch. Weil die nicht damit rechts sind. Das Dreieck kommt im Blade. Bleibt es bis zum Ende des Spiels. Wenn du ein Dreieck bildest mit deinen Pilzen, bleiben die immer. Wenn du da eine Unbekannte reinstellst, wie die hier, geht es nicht mehr. Bildet zwar, dann könnte man denken, mit den ein neues Dreieck. Aber das geht nicht. Weil die schon mit dem verbunden waren. Oh. Hey, du. Ja, genau du. Der da vor dem Monitor. Schaust du dir auch gerade dieses Video an und denkst dir. Hey. Was will der Typ mir eigentlich hier verkaufen? Ich präsentiere ihnen. Anivia. Mit Eis. Und Wenden. Vergessen sie die ganzen sinnlosen Meta-Supports. Wie Braum, Thrash oder Janna. Oder die ganzen anderen, die keiner braucht. Denn sie haben jetzt War. Anivia. Trollen sie gegnerische Champions. Auch wenn es ein Blitzcrank ist. Gewinnen sie ganz easy Trails auf der Lane mit ihrem AD Carry. Verhindern sie wichtigen Formen für den gegnerischen AD Carry. Sichern sie sich im Handumdrehen große Objectives auf der Map. Wie zum Beispiel den Dragon oder den Baron. Und benutzen sie ihre Wände, um den gegnerischen Jungler daran zu hindern, ihn sich zu schnappen. Die Realität, die ich nie gesehen habe. Weil jetzt bin ich heiß, fliege in der ganzen Flock. Leute kommen zu mir, sagen sie diggin. Nutzen sie ihre Eisbälle in Kombination mit ihrer Wand, um aus heiklen Situationen zu entkommen. Verhindern sie mit Leichtigkeit die Zerstörung der äußeren Türme. Blocken sie feindliche Projektile. Was? Ganken sie andere Lanes und holen sie dabei immer mindestens zwei Kills heraus. Was zur... Wer zuhörler hat mir das falsche Footage runtergemischt? Gah, John... Treuen sie zum Spaß auch ihre eigenen Minions. Mit unserem neuen Erweiterungspack verteidigen sie ganz einfach auch ihre inneren Türme. Kombinieren sie die Wände mit denen ihrer Freunde. Und gewinnen sie so entscheidende Kämpfe beim Baron und acen sie das gegnerische Team. Kaufen sie jetzt zusätzlich für nur 19,95€ unser zweites Erweiterungspack. Und erhalten sie gratis dazu Nexus-Türme verteidigen. Somit retten sie den Tag und werden zum Held des Spiels. Und verlieren sie am Ende trotzdem das Game. Naja... Immerhin hatten sie Spaß, nicht? Naja... 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 Stark, 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 sehr stark, komm ich jetzt übernehme ich, ja, komm komm ich Oh, pfff, fach, 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 fach! Untertitelung des ZDF, 2020